März gegen Saudi-Arabien in Brüssel berufen. Auch Torwart Kuhn-Kastels sowie beiden Angreifer Devek Origi, beide VfL Wolfsburg und Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach, schafften es ins Aufgebot. Zudem kehrt Mittelfeldspieler Ratjan Nain-Golan Asrum nach einer Pause aus disziplinarischen Gründen zurück. Der Weltranglisten 5. Belgien trifft bei der WM in Russland in der Vorrunde auf England, Panama und Tunesien.